Nachhaltigkeit im Baugewerbe ist mehrdimensional. Wirtschaftliche, ökonomische und soziale Aspekte müssen berücksichtigt werden. Alle Aspekte sind miteinander verwoben und werden in dieser Lerneinheit beleuchtet. Treibhausgasemissionen sind ein wichtiges, aber nicht das einzige Nachhaltigkeitskriterium. Langlebigkeit, gesundheitliche Unbedenklichkeit und Widerstandsfähigkeit spielen bei der Auswahl von Baumaterialien und Konstruktionen eine wichtige Rolle. Auch die Möglichkeit der Wiederverwendung und des Recyclings muss sorgfältig bedacht werden. Die Gewährleistung einer flexiblen künftigen Nutzung kann ebenfalls zu einer langen Lebensdauer von Gebäuden beitragen. Daher muss die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsprinzipien ein integraler Bestandteil aller Planungs- und Entscheidungsprozesse während des Lebenszyklus eines Gebäudes sein. In Anbetracht der Ressourcenproblematik wird der sparsame Umgang mit Ressourcen immer wichtiger. Einige wichtige Ziele für Nachhaltigkeit im Baugewerbe sind Verantwortungsvoller Umgang mit Baumaterialien Verantwortungsvoller Umgang mit Wasser Verantwortungsvoller Umgang mit Energie Verantwortungsvoller Umgang mit dem Bauland und der Natur Diese Ziele sind Teil der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Unter Nachhaltigkeitskriterien werden die Lebenszykluskosten eines Gebäudes grob wie folgt aufgeteilt Produktionskosten, Nutzung der Gebäudekosten, Reinigung, Pflege und Wartung, Ersatzinvestitionen, Abbruchkosten, Kosten für Rückbau und Entsorgung Unter Nachhaltigkeitskriterien ist die Planungsphase von großer Bedeutung Die Planungsphase ist ebenso entscheidend für die Eigenschaften des Gebäudes. Bei der Planung der Nachhaltigkeit können einige grundlegende Ansätze unterschieden werden. Ein Stone-Ansatz, Vergleich von Baukosten und Bauzeit Zum Beispiel der Bau eines Kindergartens in Massiv- oder Holzbauweise 2ND-Ansatz, Vergleich der Wartungskosten Zum Beispiel die Gesamtkosten verschiedener Bauweisen über eine Lebensdauer von 80 Jahren 3RD-Ansatz, Lebensdauer von Bauteilen Zum Beispiel die Lebensdauer der einzelnen Bauteile, Wartungs- und Pflegekosten 4TH-Ansatz, Recyclingoptionen und Abfallproduktion Zum Beispiel die Wiederverwendung von Holz- oder mineralischen Baustoffen 5TH-Ansatz, Treibhausgasemissionen und andere nicht quantifizierbare Kosten Zum Beispiel bei der Herstellung und Wartung von Baumaterialien Neben den quantitativen Aspekten gibt es auch nicht formale Punkte zu beachten Alle Umfrageteilnehmer gaben an, dass es ihrer Meinung nach kaum etwas Nachhaltigeres gibt als die Erhaltung bestehender Gebäude Nicht nur Produktion und Bau sind für die Nachhaltigkeit relevant, sondern auch Abriss und Entsorgung oder die mögliche Weiterverwendung von Bauteilen und Materialien Auch der Flächenverbrauch und der Materialtransport spielen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit eine große Rolle Bei der Planung und Detaillierung von Gebäuden sind Materialien, die in großen Mengen vorkommen, besonders wichtig Der Energieverbrauch eines Gebäudes wird auch durch eine Vielzahl von Einflüssen in der Konstruktion bestimmt Einige wichtige Einflussfaktoren sind Kompaktheit und Zonierung des Gebäudeentwurfs Wärmedämmung der Gebäudehülle Luftdichtheit der Gebäudehülle Energieeffizienz der Kälte- und Wärmeerzeugung Verhalten der im Gebäude lebenden Personen hinsichtlich Raumtemperaturen, Luftaustausch, Warmwasserverbrauch, passiver Solarenergienutzung, Größe der internen Wärmegewinne, Betriebsweise der Anlagentechnik Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf die Wahl der Baumaterialien Dennoch gibt es einen erheblichen Unterschied zwischen der Verwendung von Ziegeln, Beton oder Holz Auch sogenannte Baunebenmaterialien wie Dämmstoffe, Boden- und Wandbelege oder Sanitärobjekte sollten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit nicht vernachlässigt werden Es lohnt sich immer, die positiven und negativen Eigenschaften der einzelnen Baustoffe zu vergleichen